Muss ich was trinken? Ja. Nachher werde ich dann nochmal ein Feuer machen und muss ordentlich was kochen. Machen wir mal zweieinhalb Stunden erstmal, um zu gucken, wie dann mit der Müdigkeit so voranläuft. Ich trinke jetzt nochmal einen Kaffee. Dann können wir hier nochmal zweieinhalb Stunden machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt von der Zeit her klappt oder nicht. Ich hoffe doch. Geht das noch? Ich hoffe doch. Super gut. Wolfspelzmantel gemacht. Kleidung. Ja. Ja. Eins. Also Kopf, Hände, Körper. Das brauche ich eigentlich nur noch ein Dings, ne? Für... Das brauche ich nur noch Hose. Ich könnte jetzt eigentlich nur noch... Warte. Hose und Stiefel. Wir haben jetzt vier. Ich bräuchte insgesamt fünf. Oh, ich habe keins. Mist. Kamin. Feuer machen. Ich muss den Reh finden. Come on. Come on. Come on. Come on. Brennstoff. Wasser. So ein Blödsinn. Wasser. Garten. Nochmal. Und nochmal. Insgesamt nochmal zwei Stunden. Oder zwei Liter, meine ich. Noch einen Liter. Dann müsste ich schauen, wie viel ich jetzt habe. Das ist jetzt insgesamt ein Liter, was jetzt kocht. Oh ja, gut. Bis das Feuer aus ist. Die halbe Stunde, komm, machen wir nochmal einen Stock dazu. Oder zwei, ja, einen Stock. Komm. So. So. Wie viel Dosen habe ich jetzt eigentlich bei mir? Eine, also nehme ich eine von hier oben. Ich will jetzt mal fett schlafen. So. Das hier erstmal zerlegen. Ich hätte die Angelschnüre unten lassen sollen. Ich trottel. Tee trinken. Abwarten und Tee trinken. So. Ich werde jetzt... Ach man, ich sehe hier gar nichts. Ich muss das Licht anmachen. Frisch. Essen. Komm. Ja. Dann nehme ich das nochmal eins und dann, das war's. Und den Tag. Ja. Gut. Meiden, Verzerr von Raubtierfleisch. Wo sind wir jetzt hier bei den Tagen? Oh! Leute! Wir haben 100 Tage. Wir sind schon bei 103. Crazy. Bald sind wir bei 5 beim Kochen. Auch bei 4 beim Feuermachen, was richtig gut ist. Oh! Fett. Richtig geil. Richtig gut. So. 8 Stunden geschlafen. So. Es ist Vormittag. Das Oluffleisch lasse ich jetzt mal hier. Hm. Ablegen. Ein Liter. Ablegen. Das schon mal. 2, 4, 6. 8 Liter. Sehr gut. Ein sehr guter Vordat. So. Jetzt muss ich schauen, was ich noch machen kann. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal rüber gehen und... Erstmal das hier abgegeben. Einen Fisch kochen. Glaube ich. Nein. Rüber laufen jetzt mal. Einmal den Fisch kochen und dann habe ich hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Feuer machen. Come on little fire. Perfekt. So. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Äh... Machen wir mal das... Kleinste zuerst. Den Fisch essen. Hier noch mal. Damals. ... Garn. Nee. Brennstoff. Garn. Garn. Erstmal das Ablegen. So. Oh, schon cool, ey. Sieht so schön aus. Bei leichtem Schneefall. Ich seh's schon, es ist kurz vor Schneesturm. Es ist kurz vor Schneesturm. Wie viele mir die Wölfe. So lange die nicht da sind, dann fällt auch nicht der Bär. Okay, das jetzt mal in Angriff nehmen. Da hinten mal ein Wolf, hab ich gesehen. Oh, es sieht schon cool aus, ey. Das gefällt mir sehr. Boah, sieht das cool aus. Richtig fett. Mit dem Fisch hier. Gegaat. So. und raus mit dir und wenn das hier erstmal mache ich das hier auf nochmal mal die was trinken und dann alle eine stunde angehen kann ich jetzt noch nichts auf ok halt nix vielleicht noch eine stunde normaliter kochen jetzt wo wir schon mal dabei sind kommen halbe liter kann man noch mal Oh, diese 10 Minuten knutzt er auch nicht an. Inventar. Das Trinken, zurückgehen, die Lederhose machen, oder die Stiefel zumindest. Ich sehe dann nichts. Komm. Cool. Wir anfangen das nochmal zu machen und dann rufen wir durch. Ey, das ist so lange dauert, ne? Crazy. So. 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 Komisch. 25 Stunden Nähzeug. Da nehme ich noch einmal das und das. Rehleder, Stiefel. Ja, komm. Ich mache jetzt so lange, wie es geht. Fünf Stunden werden es bestimmt nicht sein, aber... Uh, doch! Crazy. Dann morgen. Tür öffnen. Tür öffnen. Nein. Bett. Hier. Ähm. Den Rest essen. Einen Tee trinken. Nochmal restliches Wasser. Hier noch eins davon. Und dann... Schlafen. Und zwar diesmal wirklich... Schöne acht Stunden. Geheilt. Okay, sehr gut. Drei Stunden. Komm. Dann müssten wir auch wieder erholt sein und wieder in den Tagesrhythmus den normalen haben. So, jetzt die Stiefel... Herstellt. Machen wir mal dreieinhalb, komm. Hm. Dann nochmal eine Stunde. Und dann nochmal eine Stunde. Wir gehen jetzt raus und werden mal ein bisschen Fisch essen. Holz hacken. Ja, Fisch essen und Holz hacken werden wir jetzt. Das wird uns jetzt ein bisschen Zeit bringen, äh, in Bezug auf Lagerkoller. So. Da ist jetzt auch noch 100 Kalorien, komm. Das essen wir noch. Oh, das war der fette Fisch. Ja. Das essen wir noch. Oh, das war der fette Fisch. Nehmen den ganzen Klam jetzt mit. Und legen es vor das Haus. Ja. Damit wir nicht ständig hin und her laufen müssen. So. So. In den Winter. Ablegen. 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 So. Jetzt schnell was trinken. Und jetzt machen wir raus. Holz hacken. Ja, der Lagerkoller hilft uns nicht wirklich. Das ist ja so drinnen. So viel drinnen, äh, dann rumhocken. Jetzt werden wir noch mal, äh, wie seins einen Baum. Oder einen Riesenast machen. Wollen wir wenigstens ein bisschen Zeit draußen verbringen, ein bisschen rumlaufen. So. Ich will mein ganzes Set mal machen. Aber ich glaube nicht, dass ich so viel Rehleder habe. Dass es klappen könnte. Aber gut. So. Es fehlen noch Rehlederstiefel, glaube ich. Oder ein Rehlederding. Fehlt noch. Ein Rehleder. Fehlt noch, äh, im General. Im Allgemeinen. So. Einmal rein mit uns. Hier die Stöcke abgeben. Ablegen. Ablegen. Alle. Holz. Und das hier. So. Herstellen. Etwas müde. Mist. So. So. So weit ist es nicht. Deswegen werde ich das jetzt nochmal hier reinwerfen. Das Zeug werde ich hier reinwerfen. Und das hier auch. Und wieder zurücklaufen. zurücklaufen. So. da. Ich muss da lang. Oder? Ja. Gut. So. Jetzt rein. Und Fisch essen. Das hier. Das hier. Zuline kommt theoretisch nicht an. Aber irgendwie schon. So. Essen. Auflegen. Was. Da. Da. Drei.